Hallo AFOBS, willkommen im Nordenstein-Studio. Ich bin der Micha und ich stehe hier vor einem, ja, vor Unmengen an Sembo-Sitz. Und das hat den Grund, dass es heute das 100 Sembo-Video, also allein von Sembo haben wir jetzt schon 100 Videos mit 100 tollen Produkten gezeigt. Und das ist für mich, für uns nochmal ein Grund, euch einfach nochmal zu zeigen, was Sembo so alles kann und was Sembo so am Start hat. Denn die Produktpalette bei Sembo ist breiter als man denkt. Also zur Zeit, ich habe gerade nochmal geschaut, haben wir 150 verschiedene Artikel von Sembo. Ich finde, das ist schon gar nicht so schlecht. Bevor wir gleich mal gucken, was hier so rumsteht. Sembo ist auch, ich glaube, das war bei uns mit der erste Hersteller, den wir geliefert bekommen haben in größeren Mengen. Also der Sembo ist bei uns schon ganz, ganz früh am Start. Das weiß der Marco besser, aber ich denke, das ist einer der allerersten Hersteller, die wir ins Boot gezogen haben. Und das nicht zu Unrecht. Also Sembo ist schon fein. Hier seht ihr, Sembos Hauptgeschichte ist wohl diese Technik-Serie. Also Fahrzeuge mit Technik-Teilen, mit Brick-Build-Teilen, mit Funktionen. Viele Fahrzeuge mit Pullback hier, der zum Beispiel, Pullback-Motor. Feine Sache. Auch das hatten wir oder haben wir zum Teil noch in Sembo. Gab man eine Aktion zu Kirschblütenfest, Kirschfest, Kirsch. In China ist immer so ein Kirsch-Dings da. Ja, es gibt drei Sätze mit so, mit vielen Kirschblüten. Ich sollte was bauen, ich habe es, glaube ich, nicht gemacht, weil so viele Blüten. Wo wir wieder bei Autos sind, kleine Oldtimer, das ist nur ein kleiner Auszug aus unserem Sortiment. Ich glaube, wir haben sechs, sieben, zehn, schaut in den Shop, kleine Oldtimer mit Pullback. Nein, die hatten, glaube ich, keinen Pullback, aber das ist schön, wenn man die alle sammelt. Tolle Sache. Der hier, ah, Highlight. Das war ich mit Marco und mit Bartosch. Wir sind, Bartosch hat gesagt, hier packt das Modell ein. Marco hat es gebaut. Wir sind dann hier irgendwo in die Prärie gefahren und haben dann hier an einem Wiesenhügel, keine Ahnung was, Offroad-Bilder gedreht. Es war sehr spaßig. Wir hatten hinterher zwar doppelt so hohe Schuhe vor lauter Schlamm, aber das Video könnt ihr euch mal angucken. Vielleicht haben wir das ja dann noch im Shop. Vielleicht ist das auch der letzte. Du weißt es nicht. Schaut rein. Highlight, neu. Video kommt. Das ist diese neue Serie. Das heißt nicht mehr Technik. Das heißt jetzt, lese es selbst. Ja. Aber er wird ein Highlight. Wird gerade gebaut. Sage ich euch. Nicht verpassen. Sembo kann auch ihr Weltraumgedöns. Das ist auch nur ein kleiner Teil. Wir haben oder hatten auch sehr viele große Raketen. Und wer auf solche Sachen steht. Sembo ist, glaube ich, bei uns da auch der größte Anbieter. LKWs. Cooles Set. Guckt es euch an. Motorräder. Auch das kann Sembo. In großer Auswahl. In kleinen Maßstäben. In größeren Maßstäben. Mit Technikfunktionen. Mit allem drum und dran. Motorräder. Ich habe welche gebaut. Aber ich bin mehr der Autofreak. Sowas hier zum Beispiel. Das ist wohl einer der besten Artikel, die wir von Sembo haben. Weil die Dinge einfach cool aussehen. Du hast zwar Stickerbogen wie der Mann am Mond. Das ganze Auto ist eigentlich ein Stickerbogen. Aber wenn es dann am Ende fertig ist, sieht es einfach richtig aus. Und die sehen richtig aus. Die sehen richtig gut aus. Also für die Stickerfreaks unter euch ist das das Richtige. Und da scheint es viel zu geben. Weil der Artikel ist ein sehr gut laufender Artikel. Hier vorne haben wir noch ein kleines Sortiment an kleineren Artikeln. Wie zum Beispiel hier so ein Display mit so einer Weltraumstation. Wenn ihr euch das kauft, ist es ein Display. Für den schmalen Geldbeutel auch. Da habt ihr zwölf kleine Sets. Weihnachtskalender oder sonst irgendwas mitbauen. Und wenn ihr das alles zusammenbaut, diese zwölf kleinen Sets, könnt ihr auch eine Raumstation bauen. Ja, das ist auch toll. Und was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch aufgebaut? Hunde. Ich glaube, Hunde gibt es bei uns wirklich sehr viele. Auch Sembo macht Hunde. Irgendwie springt auch jeder auf den Hundezug auf. Es scheint zu laufen. Also nicht zu Unrecht. Ich habe auch einen Hund. Und Hunde Sets kann man nie genug haben. Wir haben Blumen. Hier vorne seht ihr Blumen. Auch das sind nur drei von, ich meine, 40 verschiedenen Blumen. Schaut mal in den Shop rein. Also Blumen, auch das weiß ich und haben wir mittlerweile festgestellt, es gibt sehr, sehr viele, wie sagt man da eigentlich, Botaniker da draußen, die einfach nur zu faul sind zu gießen. Also auch da ist Unmengen an Zeug. Was Sembo jetzt auch am Start hat, sind Mini-Blocks. Hier vorne die ersten drei kleinen Sets. Ist eine kleine Auswahl aus Sets, die mit Mini-Blocks gemacht werden. Also allein daran seht ihr, dass Sembo wirklich überall die Finger drin hat. Die machen viel, die haben ein sehr, sehr breites Sortiment. Es lohnt sich einfach mal in den Shop reinzugucken. Es ist eine Menge am Start. Wir haben, zieht euch alte Videos rein. Ich hatte auch mit Stefan schon viel Spaß mit Sembo-Videos. Das weiß ich noch. Das war immer ein Gaudi. Es lohnt sich einfach. Und in diesem Sinne habe ich aber noch eins, hatte ich noch. Ich hatte noch hier ein gelbes Auto stehen. Ich habe hier ein gelbes Auto stehen. Warum steht das eigentlich da hinten oder hier vorne? Ach, das hier übrigens ist Video 101 von Sembo. Das kann ich euch jetzt schon verraten, weil ich habe es schon gedreht. Ich weiß zwar nicht mehr mit wem, aber ich habe es gedreht. Okay, und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören mit dem Video jetzt auf, weil ihr habt keine Zeit mehr. Ihr müsst dringend bei uns Sembo durchwühlen. Noppensteiner kann man nie genug haben. Beim nächsten Mal geht es mehr. Und wir wünschen viel Spaß beim Bauen. Warum sage ich eigentlich wie? Ich bin doch allein hier. Ich wünsche viel Spaß beim Bauen. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao.